Eins, zwei, drei. Eiber kommt herbei. Hallo und herzlich willkommen zur Eiber Show. Um was geht es denn heute? Heute geht es um Tierbilder. Und wenn du dich umdrehst, siehst du drei Tierbilder. Zwei Schwäne, eine Schildkröte und ein Hirschkäfer. Aha, und soll ich sie wie immer bewerten? Nein, dieses Mal sollst du was anderes damit machen. Und was? Du sollst sie auf deiner Eisbärennase dschunglieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, war ein Spaß, Eiber. Du sollst sie natürlich bewerten. Aha, also, ich habe mir gut überlegt. Und mein, der dritte Platz geht an die Schildkröte. Der zweite Platz an den Hirschkäfer. Und der erste Platz an die Schwäne. Und das war's mit der Eiber Show. Und das war's mit der Eiber Show. Und das war's mit der Eiber Show. Und das war's mit der Eiber Show.